jawohl freunde noch liege ich auf der couch entspannen aber bald geht's los freunde es ist jetzt 22 uhr oder so 0 uhr call of duty ww2 endlich mal wieder was neues noch liege ich da entspannt bald geht's ab bin zwar eipers angeschlagen aber ich muss mir das einfach geben gleich einen livestream gleich aufs maul kriegen gleich fluchen ich hoffe es läuft gut endlich mal ich freue mich auf neues cod hat sich lang warten lassen auf das zeug auf das zeug als wasser ein ding das man einfach braucht also ich brauche dass ich liebe cod zu spielen auf jeden fall grüße geht an die community raus und danke für die tolle unterstützung ich hoffe euch gefallen die zukünftigen cod videos eine menge cod mw habe ich gebracht teilweise lustig jetzt wieder mal was neues natürlich werde ich beschissen spielen am anfang aber wer tut das nicht wenn er ein neues spiel kauft man braucht wieder ein gewöhnungszeit ich hoffe ihr habt wieder bock auf cod wenn es der fall sein sollte dann lasst doch ein like da und freunde unter dem video könnt ihr kommentieren falls einer von euch bock hat mit zu spielen voraussetzungen 16 jahre plus normales stabiles headset für die live streams ich will mal demnächst mehrere live streams rausbringen hoffe es gelingt mir einigermaßen euch zu unterhalten auf jeden fall freunde bis in zwei stunden haut rein und aus dem aus verabschied es uns die 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 Vielen Dank.